So gerannt bin ich jetzt länger nicht. Hm. Wir waren scheinlich im Wasser. Allerdings noch nicht genug, wie man gerade gesehen hat. Wir haben immer noch Level 44. Ich muss sagen, das geht schon langsamer. Deswegen können wir dann auch mal das erwähnen, wenn wir wieder mal ein Level herkommen. Weil das dann schon eigentlich ein Erlebnis ist. Oh. Naja, da waren wir wenigstens mal Steine los. Und wir haben uns hier immer hochbauen müssen. Und jetzt glaube ich noch eins hoch, gell? Wie war das? Ja, natürlich. Wir haben mal Eisen abgebaut. So. Wo waren jetzt die Kiste, wo der Kies drauf lag? Hm. Ach, da hinten. Gut, dann mache ich hier einfach nochmal weiter. Das hat ja jetzt lange gedauert. So, und dann werde ich auch gleich nochmal gucken, wie lange die Aufnahme läuft. Hm. Gut, dann während ich zurücklaufe, kann ich ja mal gucken, ganz schnell. Und ich würde sagen, wir nehmen noch 12 Minuten auf. Äh, gut, dann mache ich mal hier zu. Da waren wir eh schon unten. So. Äh, ne, ich mache das lieber so hier. Und, da mache ich mal wieder Fackeln. Ja, es muss immer sein, aber... Ist ja jetzt zum Glück nicht so auf, weil ich ja auch immer 64 mache. Kohle haben wir eigentlich noch genug, aber ich nehme die jetzt trotzdem hier mal mit. Nein, das wusste ich jetzt. Ehrlich, ich hasse das. Indem man nach unten fällt. Ach. Da ist ja noch Eisen. Habe ich das gesehen schon? Ich glaube nicht. Gut. Von der kam war. Da müssen wir hin. Was ist das? Achso, der Tokale-Kopter-Landeplatz ist das wieder? Habe gedacht, wieder ein Dungeon. Dungeon. Und da kommt auch endlich mal wieder das Klavier. So lange nicht mal gehört. Hm. Platz haben wir schon noch ein bisschen, ja. Ich wollte es nur nebenbei mal erwähnen, wegen dem Platz. Muss man auch immer genug haben. Und dann hier nochmal gucken, natürlich. Da ist natürlich wieder nichts. Hier wäre auch nichts. Da waren wir. Dann müssen wir jetzt hier wieder zurück. So, und natürlich hier lang. Ich bin jetzt hier in der Schule. Ich bin jetzt hier. Musik So, das war's auch schon mit der Redepause für mich Muss ich also wieder weiterquatschen jetzt Ich weiß aber auch nicht, was ich da sagen soll immer Deswegen Muss ich das jetzt mal ein bisschen einstellen Und Hm, geht's mal hier hoch Und da haben wir schon geleuchtet Wer ist geleuchtet? Ne, haben wir noch nicht Ähm, mach ich gleich Hier war das Ich muss jetzt erstmal die Orientierung wieder gewinnen Achso, hier, gut Gut ist gut Dann können wir selbstverständlich machen das hier mal weg Hier lang gehen Hm Ich mach jetzt mal so hier Das bin ich einfach gewohnter Soll ich die ganze Zeit schon mal machen Bin aber noch nicht dazu gekommen bis jetzt Ne, das nicht Sieht nochmal so aus, wenn die nicht beleuchtet sind Oder immer so dunkel Och, nochmal Eisen Ich seh das immer nicht Gut Gut Ne, warte, jetzt muss ich erstmal Hier waren wir jetzt Das hat jetzt wieder ein bisschen länger gedauert als geplant Und 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 Wo war denn jetzt der Helikopterlandeplatz? Ach hier ist es Hm Gut, dann Hier Ich guck nochmal hier Ach hier war ja das wieder Wo müssen wir da jetzt hin? Mich leitet irgendwas in diese Richtung Ah, wohin nur? Von hier aus weiß ich mir jetzt eigentlich auch kein Rad mehr Vielleicht runter Ja, genau, runter Den Gang hier haben wir jetzt auch schon Von diesem Helikopterlandeplatz aus Den haben wir Da oben Waren wir da schon? Da waren wir, da waren wir Hm Dann würde ich doch glatt mal gucken, ob wir hier schon waren Anscheinend auch Wir waren also anscheinend schon überall Mensch Da würde ich doch schon fast sagen Wir waren mal vor kurzem erst Weil da die Koppelstons noch liegen Würde ich doch schon fast sagen Wir müssen wieder nach oben Und da haben wir noch Eisen Das kann ich gleich mal abbauen Wenn ich hinkomme Ich gucke mal Hm Da ist doch ziemlich Sicher Und da gehen wir einfach mal hier hin Geht da schnell So Und zack zu So Hier war nichts Dann Was da draußen immer noch so klappert Aus dem Fenster hier Weil mein Herz wahrscheinlich Oh Alle schienen Das guck sich einer an Alle schienen Da muss ich jetzt auf jeden Fall mal hin Fragt sich nur, wo das ist Na gut Es ist doch Hier Nein Wenn mir jetzt da reingefallen wären Und da Weiß ich dann schon einiges Hier sind wir dann wieder In der neuen Abteilung der Mine Oh Nein Wenn mir da jetzt reingefallen wären Ich sage euch Alles war vorbei gewesen Aber wir sind zum Glück dem Tod Nochmal von der Schippe gesprungen Wenn wir dann noch auf Monster spielen Wurden wir dann Hut ab Wurden wir es wahrscheinlich Nicht mehr hier raus schaffen Lebend Dann gucke ich hier natürlich nochmal Da ist nichts mehr Und Eisen wieder Mensch So Gut Dann Natürlich wieder zurück Mensch Die Steine immer So Und ich glaube Wir müssen dann auch mal beenden Gleich Da drüben waren wir auch schon Ach hier waren wir ja auch schon Na sowas Dann renne ich mal Und Hier waren wir noch nicht anscheinend Oder wir haben noch keine Fackeln gesetzt Wegen dem Wasser Hier mache ich mal eine hin Aber hier ist eigentlich auch nichts mehr Mischt mal los Die Mine ist anscheinend doch nicht so groß Die erste war Sehr klein Die zweite war Sehr verzwickt Und sehr groß Und die dritte Die ist jetzt Nicht so groß Wie ich erst gedacht hätte Auf jeden Fall nicht so groß Wie die zweite So Hier unten Waren wir hier schon Anscheinend auch Und hier noch eine Fackel Und da auch noch Hier waren wir noch nicht Am Spinnenspawner Am nächsten Oh Und da haben wir auch schon wieder Eisen Und einen Spawner Natürlich Den wir abbauen können Das mache ich jetzt mal mit der Eisenspitzhacke Und die ist auch zum Glück Jetzt kaputt gegangen Dabei Dann nehme ich jetzt mal Die Diamantspitzhacke hier runter Das nehme ich jetzt noch mal Mit der Steinspitzhacke mit Mit die ganzen Spitzhacke Die ich hier erwähnen muss Schöne Zumutung Und noch einmal wieder Lappis Lazuli Das Lappische Lazuli Mensch das ist aber viel Acht Stück So viel gibt es sonst Eigentlich nicht Und Level 45 Mensch das war früher Mein Traum So weit zu kommen Level 47 Wollte ich früher mal kommen Jemand bekannt ist Da hat das auch geschafft Und Da wollte ich eben Auch mal so weit kommen Und Habe es aber bis jetzt Eigentlich noch nicht geschafft Nur Level 46 Habe ich immer mal geschafft Oh Gut Ich würde sagen Wir beenden die Aufnahme An dieser Stelle Nachdem ich das Eisen Abgebaut habe Und Gerade Weil wir gerade so schön Drin sind Beende ich das jetzt Und in der nächsten Aufnahme Werden wir mal sehen Was da drüben so los ist Und danach vielleicht Auch schon wieder hoch gehen Ich weiß es noch nicht Je nachdem Wie viel wir noch entdecken Wenn wir nichts mehr entdecken Gehen wir dann auf jeden Fall Wieder hoch Gut Ja dann würde ich sagen Bis dann Tschüss